Hallo, ich bin Gustav. Ich bin das Maskottchen der Hochschule der Medien und das Küken des Osters. Die Oster hilft dir weiter, wenn du Fragen hast und nicht mehr weiter weißt. Du bist neu an der HDM und du willst wissen, was dir hier so geboten wird? Ich helfe dir bei den verschiedensten Sachen. Du willst dich nach der Uni auspauern und Stress abbauen? Da gibt's doch was. Ach, und noch viel mehr. Sport ist nicht so dein Ding. Na, dann kannst du hier eine neue Sprache lernen. Wegen deiner Unterkunft brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen. Also, keine Angst, du musst nicht im Schlosspark zelten. Das Studentenwerk hilft dir bei der Wohnungssuche. Er stöpft von der Wohnungssuche und du weißt nicht, wo die nächste Nahrung lagert. In der Mensa am Campus in Feing, am Berliner Platz oder am Kielesberg kannst du deinen Hunger stillen. Du willst mit deinen Kommilitonen einen spannenden Film schauen? Dafür gibt es das HDM-Kino mit ausgesuchtem Film. Oder hast du sogar eine Begabung für das Filmische? Dann bist du bei OMM-TV genau richtig. Möchtest du deine gelernten Sprachen auf Praxistauglichkeit testen? Mach doch ein Auslandssemester. Alle Infos dazu gibt es auf der HDM-Seite. Und nicht vergessen, pünktlich zur Medianite wieder zurück zu sein. Da werden am Semesterende alle Projekte der Studenten vorgestellt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Studieren an der HDM.